Ja, hallo Tag. Ja, hi erstmal. Wir sind wieder im Hotel hier, wie eigentlich immer. Wir sollen erzählen, was wir erlebt haben. Ja, also gestern Abend hatten wir so eine Hausrallye, die war eigentlich ganz cool, haben leider nicht gewonnen, aber egal. Dann war noch so eine schöne Modenshow, wo Felix dann gewonnen hat, was auch echt cool war. Nee, und dann waren wir, also auf jeden Fall waren wir dann heute wieder Skifahren. Ja, und da kann Felix, glaube ich, mal was zu erzählen. Ja, also wir sind mit Herr Halas auf den Berg gegangen. Das war nur die Gruppe von Herr Halas. Da war es ziemlich neblig und wir haben uns da mit Herr Beelicke, glaube ich, haben uns da noch getroffen. Und dann sind wir alle zusammen in diesem extremen Nebel. Wir konnten einen Meter, glaube ich, nur sehen. Und wir sind da alle runter und haben uns erst verlaufen und mussten da noch irgendwie den Weg finden. Und das war ziemlich überraschend. Ja, und jetzt heute noch zum Tag, was jetzt noch passieren wird? Ja, also heute war Frühstück. Der musste schon an den Schiedlamutten kommen, weil der Bus ziemlich früh gefahren ist. Und da sind wir halt alle zum Schatzberg gefahren. Dann gab es erst noch eine Gruppe, die hat halt nochmal alles vertieft, was wir gelernt haben. Und dann gab es eine Gruppe, die sind halt schon von ganz oben gefahren. Und nach dem Mittag wurde dann aufgeteilt, wer schon mitfährt mit den Guten und wer noch weiter mit den Anfängern bleibt. Und dann hatte ich das Glück, weil ich bei den Guten mitfahren durfte. Und dann sind wir auch mit der Gondel auf den Berg gefahren. Aber dann hat Burkhard gesagt, wir fahren da nicht runter, weil man nur einen Meter sehen konnte. Ja, und wie gesagt, die Hausredi war sehr gut. Und dass wir nicht gewonnen haben, da wollten wir halt. Wir wollten dann auch eine Chance lassen. Und die Gruppe von Burkhard, das sind eh die Besten. Ja, und dann fahren wir gleich noch Nachtrollen. Nein, die Gruppe von Burkhard ist die Besten. Nein, von Burkhard. Zwei gegen ein. Zwei gegen ein. Aber Herr Vogtsgruppe ist natürlich auch klasse. Ja, Harald ist der Beste. Burkhard ist besser. Nein. Was passiert dir gleich noch? Ja, Nachtrodeln fahren wir gleich noch. Ja, auf jeden Fall gehen wir noch gleich Nachtrodeln. Die A und die B gehen um. 18.30 Uhr. 18.30 Uhr und die C und die D gehen um 19.30 Uhr. Morgen nochmal schwimmen, dann haben wir Ski frei. Und ein bisschen Aktivitäten noch. Das ist, glaube ich, auch mal was Schönes. Also es ist ja schön hier. Das war es schon. Also wie schön auch heiß für euch. Super.